Farben und Formen im Wunnet-Monat Mai. 1 bis 8 Reihen und alle X-Modelle verfügt BMW über ein sensationelles Portfolio. Heute zeigen wir unsere Auswahl am Formschönen. Vierer in allen drei Varianten. Cabriolet, Coupé, Grand Coupé. 4,64 Meter lang, 1,83 Meter breit. Das Formschöne M44X Cabriolet. Individual Tansanitblau, Metallisé. Vollleder Merino Tartuffo. Sportliche M44 Coupé. San Remo Green Metallic. Und eine Läderausstattung in Cognac. Als dritte Karosserie Variante. Das elegante Grand Coupé. Hier im I4 M50. M Brooklyn Grau. Läder Schwarz. Das ist Farben und Formen direkt aus der Ausstellung an der Flaviler Strasse 23. Sieb Fessler, Wiel AG. Faszinierend. Sphäen. 2 BROHA. 1 Vielen Dank.